Hallo, Bianca! Hallo! Bianca und ich sind heute auf dem Indoor-Spielplatz. Schau mal, hier gibt es Rutschen. Rosa, hellblau und gelb. Welche gefällt dir? Die hellblaue? Ja. Okay. Bist du soweit? Hab keine Angst. Hui! Prima. Und jetzt die gelbe. Na komm. Bist du soweit? Na dann! Wir schwimmen. Schwimmen! Ja. Das ist ein Fisch! Komm! Oh, eine Schaukel! Na? 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 Toll! Halte dich fest! Kuh! 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 Karussell! Oh, schau mal da. Mit welchem fahren wir? Mit dem Motorrad oder dem Auto? Das Motorrad? Okay. Es hat zwei Räder. Wir müssen vorsichtig sein. Schau, das ist das Lenkrad. Gefällt's dir nicht? Wir spielen mit was anderem. Super, es fährt. Parken. Willst du Auto fahren? Setz dich rein. Ha, eine Türe. So. Prima. Bianca, schau. Eine Hupe. Ich mach die Türe zu. Los geht's. Du fährst. Bist du raus? Oh, ein blauer Esel. Oh, ein blauer Esel. I-ah. I-ah. So ein braver Esel. Das ist sein Ohr. Schau mal. Das ist ein Pferd, Bianca. Und dieser Esel ist rosa. Oh. Schau mal da. Eine Raupe. Willst du durchkrabbeln? Kuckuck. 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 Geil. Kuckuck. Kuckuck. Lass uns Wasser trinken und dann spielen wir weiter. Bianca will nochmal rutschen. Hopp. Bianca und ich hatten in diesem Indoor-Spielplatz jede Menge Spaß. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Bis bald. Tschüss. Hallo, Bianca. Hallo, ich bin Bianca. Heute fliege ich mit meiner Familie ans Meer. Wir haben viel Gepäck dabei. Koffer und Taschen. Mascha bringt mir immer Spielsachen. Das ist eine Ente. Die hat mein Papa aus der Schweiz mitgebracht. Das ist meine Nachtlampe. Die ist von meinem Bruder. Wenn man auf den Knopf drückt, spielt sie Musik. Vergiss nicht meine Rassel. Jetzt ist alles gepackt. Draußen ist es kalt. Deshalb zieht Mama mich warm an. Mascha packt meinen Schnuller an. Ich habe einen Schnuller mit einer rosafarbenen Schleife drauf. Eine mit gelben Sternen. Eine weiße mit einer Krone, die einer Prinzessin gehört. Und eine grüne mit Schmetterlingen. Die nehmen wir alle mit. Mascha kommt auch in die Tasche. Jetzt gehen wir alle aus dem Haus. Mein großer Bruder auch. Ich komme in den Babysitz. Ich schlafe im Auto immer ein. Ich träume vom Meer. Mein Bruder spielt die ganze Zeit mit seinem Handy. Jetzt muss mein Bruder mich tragen. Hey, schüttel mich nicht so. Gibt es auf dem Flughafen auch etwas Interessantes? Mama, spiel mit mir. Oh, Spielzeug. Runterbunte Perlen. Oh, das ist ein Korb mit Gemüse. Karotten. Kopfsalat. Jetzt zeigt Mama mir Pilze. Mami, unser Flug wird aufgerufen. Zeit zum Flugzeug zu gehen. Oh, das ist ja cool. Hier gibt es sogar Kissen. Das gefällt mir. Adrian sitzt neben uns. Er liest ein Buch. Ich werde den ganzen Flug immer in Mami's Schoß liegen. Ich frage mich, was in diesem Wagen ist. Ich glaube, da ist Essen für meinen Bruder und meine Mama drin. Oh, kleine Päckchen. Was ist da drin? Hähnchen und Kartoffelpüree? Warum bestellen sie denn keine Milch? Komisch. Ich schlafe wieder. Oh, alle klatschen. Wir sind gelandet. Muss ich jetzt etwa aufwachen? Oh je, ich habe den ganzen Weg vom Flughafen bis hierher geschlafen. Das macht nichts. Ich fache einfach im nächsten Video wieder auf. Abonniere Spielzeugwunderland und schaue es dir an. Hallo, Bianca. Hey, hallo, beeilt euch. Es ist Zeit, meine Windel zu wechseln. Ich mag es nämlich nicht, wenn die Windel voll ist. Na endlich, es geht los. Oh, ein Schnuller? Aber ich will doch eine neue Windel. Na also, schon besser. Und jetzt würde ich gerne spazieren gehen. Und meine Lieblingspuppe Masha soll auch mit. Endlich bin ich draußen. Hm, aber warum liegt meine Puppe denn im Kinderwagen? Sie sagt, es gefällt ihr da. Hm, Mama sagt, Masha hat sich zu warm angezogen. Stimmt, es ist wirklich warm. Zieh deinen Schal und deine Jacke aus. Die kannst du im Winter anziehen. Die Stiefel ziehen wir auch aus. Mama legt Masha wieder in den Kinderwagen. Und ich schlafe in Mamas Armen ein. Wir sind auf dem Spielplatz. Mama wird mit mir schaukeln. Juhu! Jetzt fahren wir Karussell. Wo sollen wir uns hinsetzen? Hier hin. Masha ist schon groß. Sie kann alleine sitzen. Das gefällt ihr. Jetzt darf ich in den Kinderwagen. Oh, die Sonne blendet aber. Mama, mach dir Sonnenschirm auf. Ja, Masha. Jetzt gehen wir in einen großen Park. Auf dem Weg dort schlafe ich ein bisschen. Sind wir schon im Park? Gibt es hier was Interessantes? Masha sagt, es gibt hier einen Teich mit Enten. Lass uns für sie Futter kaufen. Holen wir das Tütchen raus. Mama ist bei den Enten. Lass uns für tanzen. Mittagessen. Oh, manche der Enten tauchen. Oh, manche der Enten tauchen. Masha hat eine orangefarbene Ente gefunden. Mama, gib mir auf, Futter. Schaut mal. Hier sind auch Tauben. Das Futter ist fertig. Weiter geht's. Oh, der Kinderwagen ruckelt aber. Wo gehen wir denn hin? Mama hat einen Vergnügungspark gefunden. Das ist aber ein großes Karussell. Ich würde Karussell fahren und schlafen. Bis zum nächsten Mal. Masha sagt Tschüss zu unseren Zuschauern. Masha sagt Tschüss zu unseren Zuschauern. 52 chair stairide. Dannen wir den Daten. 21. Vielen Dank.